Moderatorin Katja Burkhardt, 55, zeigt sich gerne mal von ihrer sexy Seite, auch als Hauptmoderatorin von Punkt 12 setzt sie auf schöne Looks. Die Mutter von zwei Töchtern, die sie aus der Beziehung mit dem österreichischen Medienmanager Hans Mahr, 71, hat, hat sich nun in ein kurzes Lederoutfit geschmissen, das bei den Fans für Bewunderung sorgt. Verdammt sexy findet ein Fan, und da hat er recht. Das kurze Lederkleid mit den roten Stiefeln zeigen wir euch im Video oben. Nicht jeden kann man mit seinem Look überzeugen, die Geschmäcker sind schließlich verschieden. Zum 100-jährigen Jubiläum der Salzburger Festspiele Trugburg hat eine Abendruppe, die nicht bei allen auf Begeisterung stieß. Den wilden Blumen, Brin zeigen wir euch im folgenden Video. Erhalte sofort alle Neuigkeiten zu deinen Stars, indem du ihnen folgst. Erhalte sofort alle Neuigkeiten. Erhalte sofort alle Neuigkeiten.